Und jetzt habe ich doch noch einen schönen Biss, so kurz zum Schluss. Bin natürlich auch pitschpatsch nass geworden gerade. Was haben wir denn da? Ich glaube schon wieder so einen richtig schönen Barsch. Ach, die Barsche hier in dem Gewässer sind der Hammer. Oh, abflutsch. Ah, egal. Was für ein schöner Fisch wieder.